Herzlich Willkommen zu einem Tag im Leben eines Person-Shoppers im Modehaus Lovers in Rollenburg. Ich liebe diesen Ort, weil er so viele facettenreiche Modemarken bietet. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise hinter die Kulissen. Bevor ich mit der Arbeit auf der Fläche beginne, nehme ich mir Zeit für eine kleine Morgenbesprechung. Ich gehe meine Aufträge und Kundenwünsche durch. Jetzt geht es auf die Fläche. Ich durchsuche das Modehaus nach den besten Kleinungsstücken, die zu den Vorlieben meiner Kunden passen. Nun beginnt der aufregende Teil, die Anproben. Hier zeige ich euch, wie ich die perfekten Outfits meiner Kunden zusammenstelle und ihnen Stilberatung gebe. Das ist aber bei jeder Beratung immer anders und gegebenenfalls werden auch noch andere Outfits gesucht. Ein großer Teil meiner Arbeit ist die Kundenbetreuung. Hier seht ihr mich bei einem Telefonat, bei dem ich neue Aufträge annehme. Um für euch auf dem neuesten Stand zu bleiben, recherchiere ich ständig die neuesten Modetrends. Hier nehme ich mir Zeit, um mich zu informieren. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick in meine Welt erhalten. Bis zum nächsten Mal, vielleicht bei einem Termin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017